Was sind Testosteroninjektionen? Testosteroninjektionen sind eine von mehreren Behandlungsmöglichkeiten, die bei einem Mangel an normalen Testosteronspiegeln im Körper angewendet werden. Die Injektionen werden normalerweise von einer medizinischen Fachkraft in einer sterilen Umgebung verabreicht, obwohl es in einigen Ländern möglich ist, dass der Arzt dem Patienten die Genehmigung erteilt, die Injektionen nach einem detaillierten Zeitplan durchzuführen. In den meisten Fällen werden die Injektionen alle 10 Tage bis 2 Wochen angesetzt und sind bei vielen Patienten und Ärzten gleichermaßen die bevorzugte Methode der Testosteronersatztherapie. Wie bei den meisten Arten von Testosterontherapieprodukten besteht das Ziel von Testosteroninjektionen darin, die Testosteronspiegel zu erhöhen, bis sie innerhalb des als normal angesehenen Bereichs liegen. Injektionen können in Situationen erforderlich werden, in denen die Fähigkeit des Körpers, Testosteron auf natürliche Weise zu produzieren, entweder vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigt ist. In den meisten Ländern sind die Injektionen nur auf Rezept erhältlich, so dass ein Arzt den Zustand des Patienten beurteilen und die korrekte Dosierung und Häufigkeit der Injektionen bestimmen muss. Einer der Hauptvorteile bei der Verwendung von Testosteroninjektionen besteht darin, dass ein Patient nicht jeden Tag behandelt werden muss. Dies steht im Gegensatz zu Pillen, die 2- bis 6-mal täglich eingenommen werden müssen, oder Pflastern oder Cremes, die 1- oder 2-mal täglich verabreicht werden. Abhängig von der genauen Art und Stärke der Injektion ist eine Behandlung möglicherweise nicht mehr als 2-mal im Monat erforderlich. Sogar Menschen, die normalerweise mit Schüssen unzufrieden sind, stellen häufig fest, dass die Verwendung von Testosteroninjektionen einfacher zu handhaben ist als andere Behandlungsoptionen. Da sich der Patient mit der Vorstellung der Schüsse immer wohler fühlt, können die Injektionen zu Hause mit Zustimmung des behandelnden Arztes verabreicht werden. Die Möglichkeit, vorgemessene Injektionspakete zu Hause zu verwenden, erhöht den mit dieser Art der Behandlung verbundenen Komfort für die Korrektur eines niedrigen Testosteronspiegels. Die Verwendung von Testosteroninjektionen ist zwar sehr effektiv, birgt jedoch einige Risiken. Häufig beinhaltet die Formel für die Injektionen die Verwendung von natürlichen Ölen wie Baumwollsamen oder Sesamöl. Bei einigen Patienten tritt eine leichte allergische Reaktion auf diese Öle auf, die sich häufig in der Entwicklung eines Ausschlags um den Injektionspunkt äußert. Wenn die Dosierung zu stark ist, kann es zu negativen Stimmungsschwankungen kommen, zb. zu einer erhöhten Reizbarkeit, Schlaflosigkeit oder der Notwendigkeit, ständig in Bewegung zu sein. Durch die Anpassung der Dosierung werden häufig Nebenwirkungen minimiert und der Patient kann die Testosteroninjektionen weiterhin verwenden. Falls bei einem Patienten Nebenwirkungen durch die Verwendung von Testosteroninjektionen auftreten, besteht eine gute Chance, dass der Arzt einen Wechsel zu einer der anderen Behandlungen empfiehlt, die routinemäßig angewendet werden, um den Spiegel der männlichen Hormone im Körper zu erhöhen. Wie bei den Injektionen ist es wichtig, dass ein Arzt die Wirksamkeit und den Fortschritt der Behandlungen überwacht, damit die Dosierungen bei Bedarf angepasst werden können.